Jetzt haben wir wegen diesem Arschloch unseren Zug verpasst! Aaaaahhh! Bezockt! Auf dass ihr ein Kind in den Bauch legen möge! Du Ichi- Was? Was? Warum bist du nicht so herzlos? Ja! Voll Gas! Sie tropft doch wie ein Kieslaster als sie uns gesehen hat! Du bist ein Schwein! Ein Schwein! Es ist zu viel für mich! Ja! Rein damit! Rein damit! Ja! Ich komm mit! Was bekomme ich zurück? Hallo und herzlich willkommen sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen zu LateShift! Einem interaktiven Film, den wir uns gemeinsam reinziehen werden! Ja! Viel Vergnügen damit! Ja! Hallo! Wer bist du denn? Ich- Ich bin die Liebe! Ich bin die Liebe! Oh! Ich bin die Liebe! 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 Oh Sehet, ein Reisender, so möge man ihm helfen, oh Barmherziger, oh Edler. Hilfen, ich will einsteigen, mein scheiß Zug fährt gleich. Jetzt haben wir wegen diesem Arschloch unseren Zug verpasst. Was ist denn das für eine Jauchenbude? Der Alte guckt sich seine Bordeaux-Zeitung an. Kannst du mir mal erzählen, was du willst? Oh, keineswegs, mein Erzürmter. Er liest einen Roman der Liebe, so sehet, wie sein Gesicht strahlet, so wunderschön. Alter, du hast sie nicht mehr alle. Er hat sie nicht mehr alle. Und hier sind sie. Geile Kiste, geile Kiste. Was, zehn Jahre Uni sichern? Bisschen bekloppt oder was, Alter? Das Ding würde ich fahren, eine Weiber aufzureißen. Oder mit dem Ding würde ich mir zehn Jahre Puffbesuche sichern. Was ist das denn für ein Lackaffe? Der ist doch stockschwul. Fährt nicht mal selbst. Ein geiles Gerät. Komm zurück, Alter. Komm zurück, Alter. Kampf, Kampf, wie ein Mann. Dem Mädchen reingezimmert. Was waren das gerade für affige Bewegungen? Hast du Flöhe am Sack gehabt oder was war da los? Flöhe am Sack? Oh nein, mitnichten. Ich war angetan von der Liebe, die ich sah. Liebe? Die Liebe, so ein Schwachsinn. Wir wollen Böses tun. Wir wollen Böses tun. Oh, seht. Da kommt die Liebe. So leichtfüßig. Fast schwebend. Elfen gleich. Und wie sie ihn bezirztet. Bezirztet? Auf, dass sie ihr ein Kind in den Bauch legen möge. Du, ich bin rot. Sie will nur die Karre. Mehr will die nicht. Aber geil ist sie trotzdem. Und wie sie ihn bezirztet hat. Ja, bevor wir da den Schlüssel geben, quetschen wir die richtig aus. Ich will alles von ihr wissen. Was? Frech? Das ist mein Mann. Zeig ihr die kalte Schulter. Sie ist da. Jetzt wird sie weich, die Bitch. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Sie will die Karre. Gottverdammte Scheiße. Tausender. 100 für den Schlüssel. Komm. Wir machen 200. Nein, da war die Zeit abgelaufen. Scheiße. Ach, nun gib mir doch den Scheiß. Was war das? Komm, guck nicht nach. Kümmere dich um die Alte. Schleich doch einer. Nimm einen Knüppel mit. Knüppel. Look, no more fast cars tonight, all right? Okay. Turn around. Slowly. Zwerg Edeka. Knall ihn ab. Er behält ein Spray. Alter. Ja, komm, komm, komm. Knall ihn ab. Knall ihn ab. Er hat's mit erhalten. Er hat's mit erhalten. Hat er sich's verdorben. Knall ihn ab. Hey, dicker. Does it look like I can drive? Oh nein. Er ist verletzt. Was für ein Trottel. Der Mann braucht ärztlichen Beistand. Der braucht keinen Beistand. Der braucht einen Schlag von seiner fetten Zirkuszeltmutter. Damit er wieder klar denkt. Er hat schmerzen. Ja, hoffe ich doch. Schmerzen. Ja. 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 Los, Junge. Tritt die Kache richtig. Ja, voll Gas. Nein. Um Himmels Willen. Fahr car sanft, holter Jüngling, mit dieser Kalesche. Nicht, dass noch jemand zu Schaden kommet. So, ich kann jetzt, richtig? Du bleibst richtig, wo du bist. Schau, ich bin ein fucking Student. Okay, ich habe kein Geld. Meine Familie hat kein Geld. Ich bin nichts für dich. Du bist jetzt fertig. Geh in das Haus. Ah, ich verstehe. Er bringt ihn zu sich nach Hause. Oh mein, Gespaltener. Ich will verwenden von allen Seiten. Was? Jünglinge. Holte Jüngling. Großes Rudelbumsen angesagt, oder was? Da schlägt mein Herz höher. Zwerg Edeka furchtet... Oh, hallo. Und ein Engel. Ein Engel. Sie hat uns gesehen. Ja. Guck, sie... Seht sie euch an. So sanft Mut in ihrem Gesicht. Sie tropft doch wie ein Kieslaster, als sie uns gesehen hat. Du bist ein Schwein. Ein Schwein. Lass ihn bluten. Schwein. Es bricht mir das Herz. Ich bin okay. F***ing Idiot. Hehehe, den hat's ordentlich erwischt. Diesen Trottel. Er tat doch Gutes daran. Lass ihn doch bluten. Er hat das Weicheinig abgeknallt. Jetzt knallen sie ihn ab. Knallen ihn ab. Ja. Wo bin ich hingeraten? Was passiert jetzt? Na wieder, sprich. Komm, rein zu sie. Nein. Gleich gibt's blaue Brunnen. Es ist gar schrecklich. Wie kannst du dich freuen? Was? Er ist kein Mörder? Doch. Nein. Kein Gift. Kein Gift. Sie sind klar. Sie holen Gift. Sie sind kein Gift. Protestieren. Protestieren. Ja, komm, komm. Protestieren. Gift ist das, Junge. Oh, oh, oh. Es ist zu viel für mich. Ja, rein damit. Rein damit. Nein. Nein. Lasst euch nicht weichkochen. Bringt es zu Ende. Verdammte Scheiße. Jetzt sind sie weich geworden. Ey, du kannst wieder hochkommen. Er hat's hinter sich. Es ist nichts passiert. Ne. Ja, ich komm mit. Er übertreibt es wieder. Gleich knallen sie ihn doch noch ab. Weiter. Gib sie. Ja, jetzt. Was sind das für Weicheier. So, gut, dann mach ich an dieser Stelle Schluss, damit der Weicheier nicht auch noch abklappt. Und für alle Hartger-Süttenen da draußen und euch, das Böse geht weiter, wird fortgesetzt, na klar. Die Liebe hat's entschärft. Die Liebe hat's entschärft.